Hallo und herzlich Willkommen, ich bin's der Onkel Bogie und dieses Mal geht es um die Herausforderung Flankenschlag und zwar wir brauchen leichte Panzer von Rang 3 oder höher und müssen 50 Spieler abknallen. Das Ganze hat angefangen am 9. März und geht noch bis zum 30. März, sprich wir haben noch ungefähr zwei Wochen Zeit, aber ihr kennt es ja, es sind noch andere Tasks offen, jetzt am 16. kommt noch Ausfallgruppe dazu und schnell verrennt man sich und selbst diese 50 Abschüsse mit leichten Panzern hat man auch in zwei, drei Runden geschafft. Also von daher sollte man irgendwann das Thema angehen, insofern man es denn schaffen möchte, weil es finken drei Stufen im Battle Pass bzw. wer den vernichtenden Sieg haben möchte, braucht ja sowieso alle Tasks hier unten, um nochmal die viereinhalb Stufen zu bekommen und von daher sollte man sich ranhalten. Jetzt habe ich mir mal angeschaut, was haben wir denn für Möglichkeiten für Panzer mit Rang 3? Ich habe jetzt gedacht, bei mir, oh komm, ich habe ja die Franzosen und da habe ich ja sogar zwei Rang 3er leichte Panzer drin, den AMX 13 und den EBR. Wenn man die sich jetzt mal anschaut, die Durchschlagsleistung ist mittelmäßig für den Levelbereich. Ja, das ist jetzt halt ein bisschen schwierig, dann dachte ich mir, okay, was wäre denn dafür richtig gut? Natürlich hier unten die BMPs und sowas bei den Russen mit 8.3 wären der perfekt oder beziehungsweise hier Marder und BMP bei den Deutschen. Aber auch hier, ich habe die noch nicht. Ich meine gleich könnte jetzt hingehen und hier mit dem DF 105 ist auch ein leichter Panzer, könnte ich das machen. Aber die Gegner sind entsprechend hart. Ja, und vor allem je nachdem, wie weit ihr bei euch seid im Deck, dann habt ihr diese Fahrzeuge ja gar nicht. So, das heißt, mein Tipp wäre auf 4.7, also in Arcade 4.7, die Hellcat, die M18 der Amerikaner. Die habt ihr hier. Jetzt ist es so, dass ich amerikanische Panzer nicht spiele. Ich spiele halt mehr Luftwaffe, aber auch da bin ich nicht so jetzt wirklich weit. Aber egal, bei den Panzern M18, ich könnte drauf hinspielen, aber passt mal auf hier vorne, ich müsste noch sechs Fahrzeuge von Rang 2 freispielen. Das machst du halt auch nicht mal in zwei, drei Tagen oder so. Ja, das ist schon ein bisschen Arbeit. Von daher, was kann man machen? Wo haben wir denn noch einen vergleichbaren Panzer? Wir haben bei den Italienern ebenfalls die Hellcat und da wäre ich jetzt ein bisschen näher dran. Jetzt ist es so, dass die Italiener gar nicht so oft gespielt werden und du vielleicht ja gar nicht auch die Italiener nicht hast. Ja, das heißt, was machst du denn, wenn du dies schaffen möchtest? Dann gibt es einen kleinen Geheimtipp und zwar die Chinesen mit der M64. Die M64 ist ebenfalls eine Hellcat, ist eigentlich eine M18. Und jetzt ist es so, dass du jetzt sagst bestimmt, Premium-Fahrzeug will ich nicht kaufen. Musst du doch gar nicht kaufen. Hast du doch einen Battle Pass auf Stufe 50 bekommen. Ja, wir gucken mal nach. Ja, Entschuldigung, Stufe 51, Verzeihung. Und wenn du jetzt sagst, oh Boogie, ich gebe kein Geld für den Battle Pass aus, dann sage ich, brauchst du auch nicht, denn dieses Fahrzeug ist kostenlos. Und wenn du sie dann freischaltest und aktivierst, dann hast du sie ja hier drin. Grundsätzlich, muss man dazu sagen, hasse ich es ja, mit einem Deck reinzugehen mit nur einem Panzer. Ich will jetzt aber ungern mir hier unten noch zwei Dreier und so reinmachen, weil ich will ja auch schnell diesen Task abschließen. Ja, das heißt, ich will versuchen, so schnell wie möglich das Ganze zu machen. Was für mich noch eine Option wäre, den PT-76 hier mitzunehmen. Mit 5.0 würde er sich sehr gut hier reinfügen, liegt ja nur 0,3 vom Battle Rating drüber. Aber er muss erst freigeschaltet werden und wie man sieht, brauche ich ebenfalls noch zwei Fahrzeuge. Wir haben hier mit der M64 aber extrem gute Boni auf die Forschung und können mit ihr beim Fahren auch diese anderen Fahrzeuge hier freischalten und uns bis zum PT-76 durchkämpfen. Jetzt ist es so, als Panzerfahrer bin ich jetzt nicht so der Geilste. Ich habe jetzt mal hier gefiltert auf die Fahrzeuge. Wir sehen jetzt den M64. Ich bin in sieben Schlachten reingegangen, habe 13 Abschüsse gemacht. Ich habe ihn selber elfmal verloren. Das heißt, ich habe diese Anfangsgutscheine eingesetzt, um halt einen zweiten Einstieg zu haben, wenn ich eine gute Runde hatte, um auch mal einen Luftschlag oder sowas dann zu machen. Aber grundsätzlich ist die KD noch positiv. Und ich sage mal, wenn man ein bisschen vorsichtiger Panzer fährt, als ich es zum Beispiel mache, sollten da zwei, drei Abschüsse drin sein mit dem Fahrzeug. Und dann habt ihr den Task auch irgendwann geschafft. Und wie gesagt, das Schöne ist halt, ihr habt es im Battle Pass ja sowieso bekommen. Ihr musstet hier vorher nichts freischalten. Es ist ein leichter Tier-3er-Panzer. Ihr müsst nichts kaufen und gar nichts. Das eignet sich wirklich sehr gut, dieses Fahrzeug dafür. Ja, wenn das Ganze dir gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Like freuen. Du kannst mir gerne in die Kommentare reinschreiben. Und falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Und über die aktivierte Glocke, dann verpasst du auch kein weiteres Video. Das war es von dieser Seite auch schon. Ich wünsche dir noch eine schöne Zeit und viel Spaß im Battle Pass. Bis dann. Dein Onkel Bogi. Ciao.